Was wir machen? Ich habe einmal ein paar Nades, gucken was passiert. Scheiße, ich wollte ja nicht sagen, aber wenn Marc nicht spielt, dann mache ich das. 100 Punkte und dann kann ich gut schlafen. Zwei erwischt. Und auch einen erschossen. Womisch, der hat dort nicht gespielt. Na komm, ich soll's haben. Vielleicht guckt er gar nicht auf die Webseite. Oh, Nade! Hast du nicht gesagt, 300? Wie witzig es einfach ist, dass derjenige, der meint, komm ich werfe nen Nade, gucken was passiert. Der Einzige ist, der bei der Gegend Nade stirbt. Hammer, ey. Aber wir warten bis die sterben. Dann machen wir alle Platz. Ey, mach Resort. Nee, machen wir nicht. Rampus, ey. Ich hab da extra aus Spaß gemacht, Nades. Das machen die sich wirklich lustig, ey. Ohhhh.